Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend. Ich hoffe es geht euch allen gut. Draußen ist schönes Wetter, zumindest bei uns und die Kurse, ja, die einen bewegen sich in die einen, die anderen aber in die andere Richtung und genau das wollen wir uns heute angucken. Bitcoin sind wir immer noch bei 7.383 gerade in diesem Moment, aber was machen die Altcoins und ich habe drei, ja, recht große mitgebracht und nicht nur recht, sondern es sind drei sehr große und die sehen vielleicht nicht ganz so gut aus und das wollen wir uns natürlich gleich mal angucken. Anfangen wollen wir aber, wie so oft, mit Bitcoin und wir sind immer noch im 7.400er Level. Es hat sich noch nicht viel getan. Ich habe euch ja gesagt, wir können noch sogar ein Stück höher gehen oder unterhalb ist ja unser Support bei 6.800 im Moment. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Tagesschart an und wenn wir uns so ein bisschen die Indikatoren angucken, wir kommen schon in die höheren Regionen, aber es ist noch nicht abzusehen, dass sich hier das Ganze umkehrt. Das heißt, wir sind immer noch in, ja, einer längeren Aufwärtsbewegung, länger als vielleicht übertrieben, aber zumindest einer mittelfristigen, ein paar Tage andauernden Aufwärtsbewegung. Klar, Ziel sollte wohl und der 10. August sein, also ich schätze mal eher so auf den 8. bis dahin mal sehen, wo wir hinkommen können. Wir sind jetzt überhalb des Supports, den wir noch nicht getestet haben. Das hatte ich ja angesprochen, aber es sieht jetzt auch noch nicht so aus vom Tagesschart her, dass wir hier wieder weiter runter gehen. Und eine ganz interessante Sache, die ich entdeckt habe, heute wieder so ein bisschen über den Kurs geguckt und dann wollte ich doch einfach mal wissen, wie sieht es denn mit den Bollinger-Wändern aus? Wenn es denn hier noch weiter höher gehen soll, sind wir denn da schon in einem vielleicht überkauften Bereich oder sind wir überhaupt in einem Aufwärtstrend? Und das Ganze können wir uns jetzt hier direkt angucken. Auf jeden Fall sind wir im Aufwärtstrend. Wir sehen, wir sind deutlich über der grünen Linie und sind sogar aktuell über dem gelben Bollinger-Band und ja, das deutet ja auf jeden Fall deutlich auf einen Aufwärtstrend hin. Und jetzt haben wir hier sogar, dass wir kurz über dem roten Bollinger-Band waren und da wollte ich doch mal wissen, wann ist denn das das letzte Mal passiert? Ich meine, das ist eine ganze Weile her, dann habe ich festgestellt. Ich habe so ein bisschen über den Kurs geguckt, das haben wir hier nicht berührt, nicht im April. Wir haben es auch nicht hier im, das war so Mitte, Ende Februar, haben wir es auch nicht berührt. Und dann wirklich die letzte Berührung ist noch aus dem Dezember. Und jetzt versteht ihr vielleicht noch ein bisschen mehr, warum ich die letzten Tage gesagt habe, wir sind jetzt auf einmal wieder in einer Bewegung, die an das letzte Quartal 2017 erinnert. Weil lustigerweise genau so ist es auch bei den Bollinger-Bändern in diesem Fall. Fand ich eine sehr spannende Sache. Deutet also auch darauf hin, dass wir wieder einiges mehr an bullischem Momentum bekommen. Und ich meine, wenn man sich mal dazu das Volumen anguckt, wir haben ja drei sehr hohe Volumen-Bars, wie sagt man im deutschen Balken. Und wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, was so vorher war, das letzte Mal so in dem Maße war das vielleicht so im März, als wir hier wieder nach unten gegangen sind. Also es ist schon eine ganze Weile her, dass das passiert ist in diesem hohen Volumen-Maß. Das ist natürlich ein schönes Zeichen für uns, dass man hier wirklich auch sehr positive Punkte findet, die den Kurs auch bei so einem Tagesschart über einen längeren Zeitraum wirklich beeinflussen. Für den Moment ist es aber nur so, und wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir gestern standen, wir haben uns noch nicht korrigiert im Zwischenmaß. Wobei man auch sagen muss, dass es im 4-Stunden-Chart mittlerweile sich der Kurs schon einiges erholt hat. Auch hier ist es so, wir haben zum Beispiel Stoch-RSI ist jetzt sogar schon wieder am überverkauften Bereich. Auch hier beim Wave-Trend-Indikator ist es so, dass wir uns gerade wieder ins Positive drehen. Und da seht ihr halt auch, wir können hier wirklich noch einen Schritt höher machen. Das große Ziel vielleicht nicht, aber das nächste Ziel sind ja 7.800. Und da kann es dann halt auch schnell hingehen, wenn wir hier noch die weitere Bewegung vervollständigen. Und dann wäre es sogar so, dass wir hier richtig krass in sämtlichen Indikatoren dann negative Divergenzen haben, wenn wir dann hier so auf 7.8 gehen. Und das würde dann erstmal wieder eine Bewegung nach unten erzeugen. Was ganz wichtig ist an diesem 7.800er Punkt, wenn wir den brechen können, ist das noch eine Bestätigung für die Umkehr. Das macht es ganz wichtig, weil mit einer 7.800 und natürlich auch 1, 2 Dollar drüber, kann es immer noch so sein, dass wir weiterhin in der Abwärtstrend sind. Das sollte man in keinem Fall vergessen. Das ist nämlich ganz wichtig für unsere weitere Bewegung. Und ich meine, ihr seht es auch hier mit den letzten Hochs an der Stelle. Da sind wir noch gar nicht angekommen. Das wäre erst im Bereich 8.300 ungefähr. Das heißt, da kommt dann der nächste trennspezifische Widerstand, der uns dann ja doch noch ein bisschen nach unten halten wird. Können wir den brechen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir in den 12.000er Bereich gehen. Natürlich nicht in einem Schritt, aber dann über die nächste Zeit wäre das ein sehr gutes Ziel. Ich habe euch das ja schon mal vor, ich glaube es war vor anderthalb Wochen oder so. Da haben wir uns das Volumenprofil im Großen angeguckt und wo noch spezifisch Lücken sind, die noch nicht gefüllt wurden. Und da ist es halt auch so, dass es im 12.000er Bereich noch so eine Lücke gibt. Bitcoin für den Moment. Ich persönlich halte die Füße still hier an der Stelle, was jetzt die kurzfristigere Entwicklung angeht. Und schaue lieber bei den Altcoins, dass ich da in eine sehr gute Position komme. Und sehr gute Position ist da ein schönes Stichwort, weil wenn wir uns das Ganze in der langfristigen Entwicklung angucken, ist für mich ein Punkt ganz besonders wichtig. Und zwar hier im Dezember. Das war ja ein Punkt, den haben wir zusammen im Cointrend, haben wir es auch vorausgesagt, dass der Kurs hier nach unten kommt, hier der Kaufbereich sein wird. Und wenn ihr das als einzigen Trade gemacht habt in der letzten Zeit, seht ihr hier 300% ungefähr, die man da hätte mitnehmen können. Also wirklich eine sehr, sehr krasse Entwicklung. Insbesondere, wenn man dann vielleicht noch bei Bitmax irgendwie noch einen Hebel dazu hat, dann kann man das Ganze natürlich noch multiplizieren. Aber alleine die Bewegung so 300%, das hätte schon ordentlich Gewinn gebracht. Und deswegen ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der gesamten Bewegung. Auch hier natürlich die Trendlinie, die wir uns ja damals schon über den sehr langen Zeitraum angeguckt haben, die aber jetzt wieder interessant wird. Und ich habe euch das letztens schon mal gesagt, wenn wir hier wieder in die Trendlinie kommen, sehr gute Chance, um wieder so eine gute Position mitzunehmen. Es ist halt so, wir kommen jetzt zum vierten Mal, glaube ich, an die Trendlinie, sodass es dann langsam an den Punkt geht, wo man sagt, uh, irgendwann wird es halt auch brechen. Aber es ist trotzdem immer noch dann immer eine sehr gute Position mit sehr niedrigem Risiko. Man kann halt unterhalb dann recht schnell seinen Stop setzen, dafür aber mit einem sehr, sehr guten Potenzial nach oben hin. Und wenn ihr euch das Ganze anguckt, wir sehen das hier. Wir sind jetzt aktuell bei, das ist der Kurs hier. Oh, so viel dazu. Das ist der Kurs hier, 0,064. Und da seht ihr, die Trendlinie ist noch ein bisschen weit weg. Also das wäre hier, hier ist auch ein Support-Bereich an der Stelle. Das würde dann schon einer Kapitulation gleichkommen. Ich meine, Kapitulation haben wir auch hier gesehen. Ihr seht das hier, eine wirklich krasse Kapitulation. Und das würde dann hier auch wieder passieren. Da ist es halt ein Punkt, den ich sehe auf jeden Fall hier mit dem hohen Support an der Stelle. Ihr seht das hier, 0,05er-Bereich. Das würde auch mit der Trendlinie zusammentreffen. Ihr dürft die Trendlinie jetzt hier nicht so auf den Millimeter genau nehmen. Das heißt, es kann dann irgendwie ein paar Satoshi da drunter gehen. Wir sehen dann hier den Support-Bereich. Das heißt aber, das wäre ein Punkt, wo ich sage, wenn der Kurs da hinkommt, ist das eine sehr, sehr gute Risk-Reward-Ratio. So, mir fällt wieder das Deutsche dazu nicht ein, aber hier sehr geringes Risiko, hohe Chance nach oben hin. Das heißt, wenn der Kurs hier hinkommt, sollte man diese Position auf jeden Fall mitnehmen. Ihr seht den Bereich hier, also 0,05 bis 0,052, so in diesem Rahmen. Wir können das Ganze hier mal markieren. Und das ist also ein Punkt, den ihr euch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltet. Das heißt nicht, dass der Kurs da hinkommen muss, aber wenn er es tut, ist es halt einfach eine sehr, sehr gute Chance, dort einen Kauf halt mitzunehmen für eine weitere Entwicklung. Wir sehen den Kurs aktuell hier. Ich meine, wir können mal in die Indikatoren gucken und machen dazu aber den Tageschart erstmal, gucken uns da an. Ja, da sieht es jetzt noch nicht ganz so positiv aus, muss man jetzt mal so sagen. Also es ist jetzt noch nicht so, dass man hier irgendwie ein klares Zeichen bekommt, dass es bald nach oben geht. Da sah es doch letztens noch ein bisschen besser aus. Das hat sich aber mehr zum Negativen gewendet. Das heißt, hier fehlt es halt auch einfach noch. Und das wäre ein möglicher Punkt, der auch halt für so eine Kapitulation spricht. Wir gucken mal im Dreitageschart. Der hat uns ja für die Altcoins in letzter Zeit ganz gute Punkte gezeigt. Und da müssen wir jetzt erstmal ganz schön ranscrollen. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, wir haben hier CCI, RSI. Da ist noch nicht groß, irgendwie was mit einer Richtungsänderung zu sehen. Hier wird es dann schon ein bisschen interessanter. Stocher RSI auch noch nicht. Aber, und das sage ich euch immer, Wavetrend ist hier ganz, ganz interessant. Weil wenn wir hier einen Hügel haben und jetzt noch einen anderen Hügel, vielleicht geht der noch ein bisschen tiefer. So, und dann ist ja meist dieser ganz kleine Hügel noch. Das wäre halt ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Umkehr. Und würde wiederum mit diesem Kaufpunkt übereinstimmen in diesem Rahmen. Also, noch ein Punkt mehr, um sich das Ganze ein bisschen genauer anzuschauen. Bin da sehr gespannt, ob es da hinkommt. Das ist jetzt nicht so ein Punkt, wo ich short gehen würde, um darauf zu setzen, dass es halt in diesem Bereich runter geht. Sondern erst, wenn es dorthin geht und wir diese Umkehrindikatoren sehen, dann wäre es halt der Punkt, um zu sagen, hey, hier können wir jetzt eine Kaufposition mitnehmen an der Stelle. Und ich habe euch das ja die letzten Tage gesagt, dass ich nochmal so einen richtigen, so einen Shakeout erwarte. Also, dass nochmal richtig so einige Leute aus dem Markt gedrückt werden. Einfach, weil sie sagen, okay, es wird niemals wieder hochgehen und so weiter. Was natürlich totaler Quatsch ist. Aber es ist einfach menschliche Psychologie. Da kommt das einfach so. Und wenn wir uns XRP angucken, fand ich ganz interessant. Gestern, ja, die haben es dann ein wenig übertrieben mit dem Ganzen. Haben das hier uns angeguckt und dann ging es gestern deutlich nach unten. Also, das tut dann schon ein bisschen weh hier über den Zeitraum. Und wenn man sich das Ganze rechts mal anguckt, also Volumenprofil lässt hier noch nicht vermuten, dass man hier irgendwo einen guten Halt findet. Erst so weiter unten. Wobei ich, ja, wahrscheinlich eher in den 5000er-Bereich an der Stelle gucken würde, was dann wieder mit einer Kapitulation von Ethereum gleich gehen würde. Jetzt sehen wir uns hier die Indikatoren an, wie der MFI ist zumindest absolut im überverkauften Bereich. Aber das Ganze haben wir auch schon mal hier gesehen. Von hier bis hier runter. Da war das auch schon überverkauft. Das heißt, bei XRP würde ich das Ganze vielleicht nicht so genau nehmen, was das angeht. Wie ich euch immer sage, nehmt mehrere Indikatoren zusammen. Nur einer wird euch ins Verderben reiten, wenn ihr euch darauf verlasst. Also, schauen wir hier. Fehlt noch wieder das Positive. Wir sehen, auch hier ist genau die gleiche Richtung, wie das Ganze bei Ethereum zu sehen ist. Und, ja, Stoch-RSI sagt auch noch nicht viel in die Richtung. Deswegen auch hier noch Vorsicht. Es ist eine positive Entwicklung, die wahrscheinlich nicht mehr so weit weg ist. Aber sie ist halt noch nicht da. Und auf diesen Punkt müssen wir warten. Und dann ist es wieder so einer, wenn ihr diesen Punkt trefft und gut mitnehmt, dann reicht dieser alleine schon, um halt eure finanzielle Situation zu verändern. Ihr braucht in so einer Altcoin-Saison immer nur, wenn ihr, als es niedrig war, gekauft habt, das heißt, wenn hier die Indikatoren zusammenpassen für eine Umkehr, wenn ihr Dahlung gekauft habt, die Altcoin-Saison abgewartet, habt für ein paar hundert Prozent verkauft. Und, ja, das ändert dann einfach schon alles. Und das ist auch wirklich erstens die einfachste Herangehensweise und meiner Meinung nach auch so für, ich würde nicht sagen Anfänger, aber, ja, Leute, die sich einfach nicht so viel mit dem Trading an sich beschäftigen, ist das immer noch die beste Variante in meinen Augen. Einfach niedrig kaufen und hoch verkaufen. Wenn wir hier die Chance finden, umso besser. Dann können wir nämlich so einen ganzen Zyklus mitnehmen, was uns dann in Krypto halt mehrere hundert Prozent beschert. Also achtet auf jeden Fall auf diesen Punkt. Und dann gucken wir hier, Neo ist eine Sache, die habe ich zum Beispiel, das ist jetzt schon ein, zwei Wochen her, wo ich die Bewegungen hier eingezeichnet habe. Also da war der Kurs noch hier oben. Ihr seht, wo die gelbe Linie losgeht. Haben wir es dann, also das sind zwei Möglichkeiten, die ich dort eingezeichnet habe. Bis jetzt befinden uns wir in der oberen. Da wird es jetzt natürlich wichtig zu sehen sein, können wir jetzt den Punkt halt auch mitnehmen und hier nach oben gehen oder wird es eher Variante 2. Wobei man auch sagen muss, hier, dass ein sehr, sehr hohes Volumen an der Stelle ist, also 0,430.000. Da ist natürlich sehr, sehr viel Support. Das heißt, es kann auch hier schon dann reichen mit dem Weg nach unten. Man muss natürlich die Indikatoren wieder mit dazu nehmen, die aktuell, ja, nicht wirklich was sagen. Auch hier keine Umkehr zu sehen. Da haben wir doch andere Coins gehabt, wie halt Icon, war ja ein sehr gutes Beispiel, oder Doge, wo es halt einfach schon deutlich besser aussieht. Und bei Neo ist das aktuell noch nicht der Fall. Ich bin mal gespannt, ob das, ja, vielleicht ist es ja auch sogar so, dass die mit den anderen Altcoins, die dann die größeren mitziehen. Man weiß es nicht, aber hier ist es halt noch so, dass man noch keinen Einstiegspunkt direkt hat für eine längere Bewegung. Wir sind hier im Tagesschart, wir gehen in den Dreitagesschart, um das Ganze wie bei den anderen vergleichen zu können. Und da sieht es halt schon besser aus. Also wenn ihr vergleicht, Tagesschart muss noch ein bisschen, Dreitagesschart kommt bald. Das heißt, da ist dann wieder der Zeitraum abgesteckt. Ich habe ja euch gesagt, so sechs Kerzen, das heißt dann drei bis 18 Tage. Und hier seht ihr aber, wir könnten schon in eine positive Divergenz hier kommen. Das sieht ganz gut aus. Wir sehen es im Wavetrend-Indikator, dass es hier eine positive Entwicklung gab. Ich sehe hier wohl noch mal eine kleine Abwärtsbewegung. Und dann wird wohl, ich würde es jetzt nicht gleich so übertrieben sagen, die Rakete gezündet, aber dann kommt der Trigger sehr wahrscheinlich. Und dann geht es auch mit NEO wieder nach oben. Ich sehe hier noch so ein bisschen einen kleinen Abwärtstrend, bevor es dann wirklich richtig losgeht. Hier auch noch mal die Möglichkeit, kann mir sehr gut vorstellen, dass der MFI an der Stelle noch mal in den überverkauften Bereich geht, um dann eine positive Divergenz zu haben und dann halt wirklich loszulegen. Sieht also ganz interessant aus für mittelfristig und für langfristige Anlagen im nächsten Zeitraum. Das heißt wirklich innerhalb der nächsten Wochen, wir sagen es mal so, wird es sehr, sehr interessant werden für mittelfristige Positionen. Und wenn ihr den Punkt mitnehmt, auch wenn ihr ein bisschen verfehlt, vielleicht ein bisschen höher kauft, dann könnt ihr trotzdem über einen längeren Zeitraum halt wirklich eine sehr, sehr gute Position haben und dann halt auch diese 100% oder mehr mitnehmen. Das soll es soweit gewesen sein heute vom Cointrend. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Es geht dem Wochenende entgegen, also ihr habt es auch bald geschafft. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.